Wo hoch von den Pyrennen oft eiskalte Winde wehen, dort lebte im Städten Lund ein Mädchen, das krank war schon seit der Geburt. Bernadette, das arme Kind, sucht der Holz im Wald, denn bei ihr zu Hause war's oft bitter, als auch bitter kam, plötzlich fühlt sie Wärme und ein Lichter strahlt so hell. Hier erschien Maria in der Grotte Massabier. Maria sprach zu Bernadette, tut Bruse, spricht ein Gebet. Bernadette, das kranke Kind, kam zur Grotte hin, wo ihr die Mutter Gottes im Strahlenglanz verschiebt. Aus dem Felsen Silber her entspringt der heilige Quell. Seid her pilgern Menschen, nach Tod aus aller Welt. Musik Mutter Gottes, hör, mein Fleck, hilf meinem kranken Kind, meinem Kind, hab Angst, es könnte sterben, wenn ich nicht Hilfe finde. Wenn ich nicht Hilfe finde. Maria, hilf. Ach, Mutter, liebes Mützelein, trag mich zum Heiligen Wort. Sie trug es nach Maria Lut. Das Kind fand Heil und Gott, ein Wunder geschah in Maria Lut.